Hey Leute, ich bin der Martin von der Firma Poguer Racing. Wir haben nun endlich unseren eigenen YouTube-Channel für unsere handgefertigten Abgassysteme. Ob klappengesteuert oder ohne Klappe, bei uns ist alles möglich. Unser allererstes YouTube-Video beginnen wir mit der Alfa Romeo Giulia Veloce. An dieser Alfa Romeo Giulia Veloce haben wir ein 3 Zoll Abgassystem entwickelt. Diese ist AbCut. Klappengesteuert, mit TÜV-Zulassung, gefältigt aus Edelstahl. Und jetzt geht's schon los. Unsere Abgassenlagen werden aus 14301 und 14828 gefertigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Hinterlasst mir eure Anmerkungen in den Kommentaren und beim nächsten Video werde ich es definitiv besser machen.